Herzlich willkommen zurück zu One Minute Minecraft, dem Projekt, wo Basti und ich einfach mal in komplett verschiedene Richtungen laufen. Hey, ich bin erst da. Was, du bist schon zu Hause? Ja. Ich hab überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich bin. Also ich hab so eine grobe Ahnung, dass ich gerade in die richtige Richtung laufe. Könnte sich aber auch herausstellen, dass es die komplett falsche Richtung ist, wo ich hinlaufe. Oh, Skate. Schlecht du bist. Ja, ich bin nicht so gut in Survival Minecraft, merke ich gerade mal wieder. Also ich sehe wirklich, ich sehe spannende Dinge auf dieser Welt. Ich sag's nur wahr ohne. Da hab ich wirklich verdammt lang überlebt. Also ich finde tolle Dinge, zum Beispiel fünf Blöcke hohes Zuckerrohr. Aber ich glaube, ich wäre besser daran, wenn du mir einfach mal sagen würdest, wo mein Zuhause eigentlich ist. Nö. Okay. Ja gut, ich kann natürlich auch noch weiter rumirren. Ich hab einfach, ich hab mich wirklich vollständig verlaufen. Also ich hab wirklich absolut keine Ahnung mehr, wo ich bin. Sag mal, ist dein Projekt, Mann. Ich weiß, Mann, aber ich weiß wirklich, ich hab jegliche Form von Orientierung gerade verloren. Ich hab gedacht, ich laufe richtig hin. Ich bin komplett woanders lang gelaufen. Ich dachte, da hinten wohne ich. Aber da wohne ich nicht.